Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Touchfootball, ja Leute, Touchfootball, ein Spiel, das hatte ich zum Liebtes. Wir sehen gerade, wie in Frankreich Deutschland zerstört, das ist eigentlich nicht so oft, aber egal. Nun, in nächster Stunde werden wir halt spielen, es ist wahrscheinlich Tournament oder so. Und wie wir sehen, ist es halt so, ja. Sagen wir mal, wie ist das, okay. Das ist, also, Surfthorn, krass. Oh, Österreich ist auch dabei, ich, das ist nice. Ich hoffe, ich spiele Österreich da. Let's go, jetzt werde ich auch mitspielen. Außer, mein Internet wird sehr schlecht sein. Achso, Ausstieg ist das letzte Spiel, okay, ich verstehe jetzt. Ja, und ich spiele Österreich, das ist ja super. Ist das auch schlecht? Okay, 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 nein, 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 wir wollen das nicht haben. Nein. Das ist so schlecht. Oh, das ist gut. Okay, los geht's. Eins, zwei. Ich habe das nicht gesagt. Okay. Ein Assist, ein Assist, ein Assist. Nein, nein, nein. Wieso soll das sein? Nein. Okay. Ein Assist. Ein Assist. Ein Assist. Das ist super. Oh, keine Ahnung. Komm, komm. Yes. So. Ich muss mal ein Zähf. Nein, nein. Achso. Okay, jetzt können wir es schaffen. Wir können es schaffen. Es wäre ein Eigentor gewesen, aber okay. Und, ja, sie ist auch enttäuschend. Das ist super. Ich freue mich. Ich glaube, das ist dann für danach das Finale. Ich weiß nicht, ob ich nochmal nütze. Das ist ja nicht mehr geschafft. Ein Doppelpack. Ein Doppelpack. Das war's. Ich denke, noch mal ein Dreierpack. Oder was? Nein. Das ist ja auch ein Doppelpack. Ich kann ja noch einmal einen Doppelpack machen. Oder noch ein Doppelpack. Jetzt kann ich mal ein Doppelpack machen. Dann kann ich noch ein Doppelpack machen. Das bedeutet, dass die Doppelpack machen dann nicht mehr und dann dann aber auch jetzt noch ein Doppelpack. Und ich bin Man of the Merch, zippe. Genau das wollte ich haben. Ich hab zwar an zwei Tore geschossen, aber... ist gut. Schau mal. Ok.